Es war einmal im Stromkreis um die Ecke. Plus und Minus. Und Nöchen. Oh Mann. Zieh doch einer mal bitte den Stecker. Heute die zirkuläre Kausalität. Plus? Ja, Minus. Es nervt mich. Dein Gesumme, dein Gedumme. Aber wieso denn das? Wieso, weshalb, warum? Könntest du dich eventuell in ganzen und vollständigen Sätzen äußern? Nee. Sprache ist eine notwendige mediale Korrespondenz. Mir scheint, dass du als elektromagnetischer Pol zur Zeit unter starker Spannung stehst. Nicht stimmt? Hier denkt keiner, Mr. Schlau-Schlau. Nicht mal das Potentiometer da hinten im Stromkreis. Dass mal in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt wurde, Mr. Klassenprimus. Auch das gilt nicht. Und Gedumme wird hier auch nicht. Aber genau wegen deiner Hass-Tiraden versuche ich mich mit Melodien müde zu stimmen. Mir die Zeit auf Erden positiv und trellend zu vertreiben. Es ist also der zirkulären Kausalität. So, jetzt reicht's. Nimm deine S***-Kausalität. Steck sie dir in den S***. Kannst du auch gleich S***- Mir mit S***- Dein Rasenmäher, Funko. Was war denn das jetzt? Musik Minus. Überall steckt Musik drin. Versteh das bitte. Höh. Aaaaaaah. Infos auf dem Facebook-Profil. Achtung, Stufe. Höh. Wir sind gerade. Der Nummer Sieb im Zoll ist nicht wieder in service. Bis zum nächsten Mal. Auf dem Facebook-Profil. Tschüss.